Rap Talk bei Doggy3DN Nachdem der Account gehackt wurde, hatte sich seinem Bruder Haftbefehl gemeldet und hat natürlich die Sache klargestellt in einem kurzen Instagram-Post. Ich blende es euch mal kurz ein, meine lieben Freunde. Also Freunde, wie ihr mitbekommen habt, mein kleiner Bruder wurde gehackt, nur dass ihr Bescheid wisst. Jo, meine lieben Freunde, mittlerweile hat er natürlich seinen Account wieder und hat das natürlich auch direkt kurz gepostet. Alles wieder im Griff, alles wieder in Lot. Das ist natürlich eine super Neuigkeit, Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten. Das war's für die kurze Nachricht. Ich wünsche euch was. Peace and out. Bis zum nächsten Mal.